Und noch vier Runden Apollo Ja, also drei Spiele Ja, aber jetzt nicht hintereinander, wir können ja danach erst noch was anderes machen Doch, 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 doch Was, was denn für eine Pistol? Naja, es gibt auch so eine Pistol Mission Rückeroberung Ja, aber die haben wir doch schon Nee Doch, ich hab die schon Nee Wann kommt denn endlich Woche 3? Ach, die E-Map Boah, da hatten wir ganz komische Leute, letztes Mal Wie viele Runden braucht ihr denn? Ah, ihr braucht auch nur noch viele Runden Warum? Wenn man da jede Woche zweimal rein muss Könnte schon eine Strafe sein, dass man das zweite Mal rein muss So, hol 16 Runden, wenn du halt zwei Games brauchst, ist halt ein Opfer Aber, dass man hier wieder Team-Mates anschießen kann, ist auf jeden Fall gut Kann man das denn dem anderen nicht? Ja, aber rechts am Dremium bist du doch immer in deinem Wohnung rein Da geh ich immer auf K Mit dem Gegner will ich mich nicht mehr Ich geh hier ins Museum Ich geh hier ins Museum Boah, guck mal hier, die Tapete, wie schön Die ist ja wirklich mit Sternen Naja, I cannot kill him Ja Und Galaxien Ich denk mal, ich spiele jetzt Tag何e in die erste Halbzeit Oh, ich sollte mich vielleicht mal hinsetzen. Ja, der... ich weiß nicht. Eben waren noch alle hier. Die sind mit oben. Vor der Hostage bei Grün. Ja, bei Grün auch Blüten. Mann. Aber du, ich dachte, du stehst da. Ja. Ja, das sieht es nicht. Ich habe sogar die Farbe gesagt. Ich habe gesagt, auf Grün. Alle Gegner auf Grün. War es ja nicht. Ja, war es. Alle waren bei mir. Nein. Die kam ja auch von rechts. Hä? Ja, du warst Mitte. Da haben jetzt drei Leute mitgekommt. Dann kamen sie halt von rechts. Ja, was kacke. Ja, ja. Ja. Ja, Bruder. Das macht ja übel Sinn. Oder? Ja, super geil. Oh, ich habe eine Deagle gekauft. Jetzt muss ich eine Tech-9 drüber kaufen. Eine Deagle wäre unfair, denke ich, in dem Modus. Und wieso? Das wäre nicht so gut. Deswegen darf man auch nicht so eine gute Waffe nehmen. Ah. Ah. One Moon. Moon? Wo ist denn Moon? Ja, nicht überall Moon durch? Yeah, two Moon. Two Moon. Oh leil, du hast dich direkt neben uns. Hier. Bei mir links. Nee. Wenn du rechts gehst, jetzt. Oh, wenn du schützt da bist. Ja, geh mal nicht so weit zurück. Da ist die Tür offen. Da sind zwei. Da waren zwei, ne? Ey, hinter dir. Hallo. Zwei. Hörst du die nicht? Oh. Oh. Im Bett zu Klick. Wir brauchen nur noch vier Runden. Dann konntet ihr eure Husten schnell halten. Ich bin hier rüber gelaufen. Ey. Wir waren an der anderen. Hörst du nicht. Ja. Nein. Ja. 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 Ja, ja. Ja, das ist offenbar. I will burn them down Ich glaub die sind zurück Was? 27 in 1 Was ist das noch? Was ist das noch? Einer hinter ihm, passt auf Er hat die Geisel doch, oder? LOL Und verbrennt einfach Hast du auf die Geisel gefahren? Was? Hast du auf die Geisel? Ne Ne, ja doch auf die Geisel, ich hatte nur 300 Ich werf die 300 gerne weg, wenn ich da für den Team entflamme Ich hab die M4, aber die darf ich eigentlich gerne benutzen Ich denke ich muss die 7-9 leer schießen erst Oh Double Stucked, man Gelb ist auch ganz kacke Bling Bling is not good Und Bling hat ein komplett verstörendes Profilbild Pass auf, pass auf, ich schnuggulier mir den Der war nur 5 Der war nur 5 Können sich hier die 2. Runde klar machen Vielleicht brauchen wir wirklich 3 Games Ich will Stefan nicht mehr vorgehen, wir zurückgehen, wieder zu denen ihre Base müssen Stell doch mal still Ne Hier war einer Ne Lef mal nicht rum jetzt Boah Stefan, die ist zu Boah Wie schnell die waren Ja, wie langsam du warst Ne Wie Ne Ja, ich hab meinen Spot verteidigt Die waren doch nicht Ja, aber du hast auch Ja Ne Einfach Ne Stefan Ich hab gesehen, was du getan hast Das war ein klares No Ne, ich hab meinen Spot verteidigt Ja, und dann bist du viel zu weit gelaufen Bist zweimal falsch abgebogen und standst dann irgendwo in Frankfurt Ich spring's auch mal Nein, ich bin blind Nein, ich bin blind One Moon 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 Kann der mal aufhören, Moon zu sagen? Nein Ich habe ein Flank Ich habe ein Flank Vielleicht kann ich nade sie runter Oh Ja, ich habe nadekillt Nein 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 Der ist weg Dann Ich bin dran Dann Ich bin dran Ich bin dran Der ist weg So kacke Ich hab einfach Tech-9. Tech-9 ist so kacke, wirklich. Das einzige was Tech-9 kann, ist schnell. Nee, du kannst auch langsam. Kann die auch. Aha. Und einer kommt von hinten. Einer kommt aus dem Untergrund. Ja, das hat der Fabian. Ja, aber da kommt er. Gut. Oh, die können hier auch Mitte kommen, ne? Ja, ja, da kommen auch wild. Oh, die sind bei Moon oder so. Nee, nee, nee. Oh, wenn die die andere Hostage haben, müssen wir rennen. Jetzt müssen wir rennen. Okay, ich renne. Wohin muss ich rennen? Ich renne im Kreis. Flasht der in Swarm? Doch nicht. Oh. Einer kommt von Mitte unten, links war's über hier. Ja, ich bin komplett blitzig. Ich bin für die Flasht. Oh, nee. Ich sieh noch mal. Oh, Alter. This is what we have been working for. Oh. Easy. Das war der noch. Was ist das? Oh, eine Rakete. Irgendeine Rakete. green. Wo Do you burn chamarem. LoL. Stefan, hast du noch neCE? Ich würd den gerne wegnaden. Ich nade den noch weg Wo ist denn der? Ich nade den noch weg. der ist hier weg. Was soll der? Der Banees. Er ist zurück da zu Lila Richtung Lila Ne der aimt dich Oh man alles klar der zu gewollt Let's go let's go Ich geh mal mit Abellieb Schalt Mehl Mehl Ich glaube Mitte ist hoch Zu unserem Spawn Wenn das geht Ja das geht Da ist auch einer Micha wo bleibt denn easy Hab ich schon vorher Was? Hab ich schon vorher Das war like your mother war die Antwort von ihm schon Ah Ich kenn das Ja 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 Gar nicht so easy die Dame Das ist er wügt Oh die haben Awe Mitte hoch Der server war grad noch mehr Müll als sonst Ich bin so beim lesen gestorben Oh scheiße Fingst nichts runde nochmal an Hinter die Einer von der Base Weine da Hinter die Einer von der Base Weine da Der spielt scheiße aus dem Baus Nein Was war das denn Du hast gesagt Wie leckt der sich denn nach links Ja Bei mir steht der plötzlich links Ja man hat ja auch gar keinen Sinn Mit einer davon Bist du das quick Man Puschettet mal mit herunter Hier ne Ich denke sie ist Musst ihr mal ablegen halt ne Ja man I'm blind Das sind alle da Boah sind die alle hier bei mir Ja Oh ziemlich Sehr geil Sehr geil Was Was Der letzte was der Der Tier Ne Bei Fabian denke Oder auf K Eigentlich auf K sein Ah Keine Ahme Ah er ist bei Fabian Ja ne Bei Fabian war der Ja Bla 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 Ich hab gesagt der ist irgendwo bei dir auf der Seite Du hast gesagt Nö Beimier auf der Seite ist der net Zack Dein Hostageeltel genommen Lah lala Ich werde auch einfach weiter Ja genau Und dann hätt's der umbringen kann Ne Ich hab gesagt der ist auf deiner Seite Du hast gesagt Nö Let's go my brothers Was Was Was? Die kommen bei dir. Da raus. Andere Seite. Hier bin ich, hier bin ich. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Sorry. Sorry. Oh, was? Beide schon raus. Beide close. Oh, von der anderen Seite ist der Pustige. Oh, mit einer AWP will er da upaimen. Das heißt, er macht einen und wird dann gekillt. Hat der an? Oh, könnte ich auf beiden werden. Krass, ey. Der hat da so komisch hingezuckt. Dann kam sie. Ich bin ja auch schon fertig. Wir brauchen eigentlich keine Runde. Komm da. Och wann, Micha! Power, Power. Puff, Puff, Puff. Och, er sitzt die ganze Zeit da und aimt an den Schlitz. Den Schlitz? An deinen Schlitz? An den Schlitz, ja. Ja. Minus 66. Der andere ist low. Low, very low, very low. Very slow. Very low. Wenn du mit 4G drückst, dann kannst du dir Skins auswählen. Wenn du mit 4G drückst, dann kannst du dir Skins auswählen. Danke, dass du mir die gefloppt hast, Fabian. Das sind zwei. Da stehen zwei. Der andere ist schwer. Deine Das ist es hekt. Das ist ... Waff 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 We will make them regret Pfff pfff Pucen jetzt erstern Smoke! Flashbang I'm filming Flashbang ... ... ... ... ... Das ist sondern reservation Seine Laune hat sich ... ... nachdem ich den Kill gemacht hab auch übel zu messen ... ... Der hat da halt verdient gehabt, weil der ist bei mir nicht down gegangen. Ich hab's nicht wirklich probiert, dir zu helfen. Der ist sicher, dass ich gut durchdruppen. Die Strecke wiederholfen muss, weil ich mich nicht so richtig enthalten habe. Die Strecke wegzunehmen. 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 Ach er ist schon links Er ist Mitte, CT spawn Oh maybe from behind Ja Ich wollte es aber auch nicht sagen Der so verdient Down geht Daneben Warum schießt er daneben Du hättest ja auch drauf schießen können Ja Ja Jacke wie Hose denk ich oder Ja ich hab meine vier unten Ja ich hab meine vier unten Und dann hol ich mir da die Hostage Und dann lauf ich wieder zurück denke ich Kann ich kann ich hab gar keine Ich kann mir gar keine Schuhe Wollen wir links oder rechts hinlaufen Ja 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 Mann, Micha! Und LVP, danke. Das reicht für'n Glock-Schuss. Das reicht der Glock. LVP reicht der. Ja, hat er gar nicht auf dich geschossen. Vielleicht der Nächste. Der andere ist schon... Hä? Oh Mann, Micha! Just run it, just run it! Mann... Ja. Irgendwie wird das jetzt in ihr Gameplay, denk' ich. Nett mal, Stefan ist gestorben. Wieso hab' ich dem gegeben? 53? Ich hab's mir hier den zu opfern, wirklich. What the heck? Hier ist einfach wirklich niemand. Wieder niemand. Hier ist es in der Ecke. Arme Schwein! Arme Schwein! Arme Schwein! Arme Schwein! Ich glaub, das ist die erste CT-Sided Hostage-Mitte. Ne, die Gegenden sind einfach in dem Modus. Ganz krass. Ich glaub echt, dass die CT ist. Ne. Warum? Doch! Du kannst von drei Wegen nicht easy an die Base. Und wenn du mit mehr als zwei Leuten hier in der Base stehst, ist das doch übelst kacke für die Leute, die selbst die Hostage haben. Du kannst doch die Base hier relativ easy verteidigen. Flashback. Oh, ne. I'm flushed. Egal, der hat den Spiel und hat schon einen gehittet. Wie viele Kills soll er denn machen in einer Runde? Hier ist einer hinter der Wand. Oh. Aber ich hab ihn nicht getroffen hinter der Wand. Ich hab die nicht angeschossen, aber dich diesmal auch nicht. Mono. Zumal. My phone spawned. Ich dachte, er wollte da hingehen. Ich dachte, er wollte da hingehen. Okay. Ich hör mir jetzt erstmal hier hin. Okay. Danke für die Sword. I guess. Wenn das ihn doch auch nicht geht ist. Oh, die Nate. Na, ich auch. Ich hab, ich hab, ich war voll mit der Nate. Der Fall ist so blöd. Das klinge so schlecht. Ich war taub von der Nate. Ja, klar. Ist so. Kennst du das nicht? Warte mal. Hier. Bleib mal stehen. Aua. Also entweder du glaubst mir das oder ich, oder du bleibst gleich stehen. Ich bleib stehen. Come on, let's hustle. Fabi, du nicht. Geh weg. Grenade out. Hörst du das? Ja. Aber trotzdem hat man sie gehört. Nee. Ich hätte keine Sorge. Ich hab keine Sorge. Ich kann mich nicht verstehen. Ja. Meine Ohren. Siehst du? Es gibt nichts. Ah, die Flash. Meine Ohren. Ja. Ja. Ich kann nichts mehr mehr. Halt doch deine Schamtskrucke, ey. Headshot. Komm bitte ein Headshot. Hallo. Och, Mann. Wo ist mein Nate? Da ist er. Da hättest du ihn fast getroffen. Oh geil. Vor allem Fabi, warum bist du nicht weggegangen, du Idiot? Ja, ich hab's gemerkt. 44 und 42. Was ist das? Oh, ich hab's gemerkt. Da ist er. Oh. 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 Da drüber ok mich, das ist für dich Ob da hinten der Smoke steht? Ne, da steht keiner Der geht nicht down! Ich hab ihm zwei den Schatz gegeben! Ich hab ihm zwei den Schatz gegeben! Scheiß Nova! 40 und 2, wie kann das sein? Mit Streppe hoch Ey, Untergrund ist hier Mitte Links ist nämlich nicht Untergrund Hier muss rein Er hätte jetzt auch über links gehen können Aber du wärst mal anders, wenn wir links gehen können Ja, der ist low, der ist low Oh, zwei sind bei mir Beide bei mir Also Ich denke, die gehen jetzt zur Base Können auch schon durch sein Hä? Ach natürlich, ist ja nicht mal durchgelaufen Hast du noch gesehen? Die geben immer alles Lass mich so an Keine App noch für den No-Scope geben Auch der Flash Und rein! Angst vor dem Smoke Ja, nichts verschneiden die Wohin? Go, go, go! Okay Ne, ich denke wir spielen die Map nie wieder Warte auf die nächste Mission Wir können vor allem mit meiner stehen Aber Aber nur wenn ich nicht in der Mitte stehe Lass ich die so netter durchlaufen Ja, wir werden uns gegen die Es ist noch nicht zurück Egal was man Schrauben Stauern, Schrocken 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 er hat mich denn da abgeschossen Maverick denk ich ja Maverick mal wieder ja hier ist der seht ihr das? ich hab hier Crank Smogplay, du auch? und dann los verteilen, verteilen ich bin sowas von verteilt allerdings ich seh nichts in der Smog drin, warum krieg ich sie überhaupt? oh wer pappt denn man? warum hat der meine Nade nicht meine Sand? over, pump das Schwein pump das Schwein pump das Schwein over, over, pump, pump oh, oh, oh oh der hat hält naja, schief naja, schief er ist los er ist los er ist los er ist los wie wie ging der denn nicht down? wie ging der denn nicht down? power of running shotgun let's go to the moon again flaschbang i have op i have op ich bin wind ah, you are no talent, bitch smoking auch he? mach das schon wieder hier das ist schon recht nah Ich habe mich geholfen. Nein, nein, jetzt klappt es. Geil, wenn man einfach hinter mir stehen würde. Angst Potter. Der ist einfach afghan in seiner Base und hat schon aufgegriffen. Und der fragt sich, Alter, wann ist der denn nicht da? Nein, es funktioniert nicht. Der war rechts. Geil, ey. Jetzt ist einer gedisconnected. Dem reicht es. Den Akkubu war geholt. Ich bin blind. Wer flasht denn hier? Ich bin blind, ich bin blind, ich bin blind. Ich bin blind. Ich bin blind. Ach, mach sehr attach. Vor allem, ich zeus wieder schon, schon wieder für 90 Wieder schon und reingehauen Hau'n'gü Also, es probiert zu verbessern, hau'n'gü Hau'n'gü, hau'n'gü Wie läuft denn Brandura da rein? Brandura ist da komplett irre Jamie Rodgers macht jetzt hier ganz krasse Plays Der bringt den Touchdown heim, der Mann Oh ja, er geht mit dem Touchdown Oh, ich zeig mich in die Endzone vor Yo Schöne Rodgers Easy, easy Mit dem Lauf seines Lebens Link hat eigentlich easy schreiben lassen Ja, dann sind wir fertig für die Woche, ne? Geht das hier nicht weg? Habt ihr echt alles andere schon gemacht? Ja Achso, man braucht nur 6 Sterne die Woche I did not know Ja, wir kriegen da für eh keine Sterne mehr Ist mir egal, was wir machen, müssen wir nicht machen Will ich's nicht machen Ach, schütt Hab ich auch mit 4,250 und mit, äh, Galil So sieht man das Danach ist die Autopumpe mit 2,5 Und danach die Tech-9 mit 2,3,3 Der M4-A4 hab ich die Beste Hab ich 3 3 3 Was sieht das? Ja Machen wir jetzt noch so eine Tryhard-Cue? Oh, Alter Oder keine Tryhard-Cue mehr? Verrückt Hier wird nicht getryhardet Ich brauche aus der letzten Woche